Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner aus Hagen und ich zeige euch jetzt einen Vergleich, alt versus neu, vom Ford Mustang. Ich mache das einfach so, ich zeige euch im direkten Vergleich, das heißt ihr seht gleich immer links und rechts die Bilder, alt und neu, und zeige euch im direkten Vergleich einfach wie sich bei einem Mustang, ich habe einmal ein 1967er Mustang Cabrio, den ihr aus dem letzten Video, was ich euch hier verlinke, da kennt ihr den schon. Und das andere Auto ist ein 2018er Mustang Coupé zwar, da vergleichen wir jetzt Coupé und Cabrio, aber ich möchte euch so die Grundfunktion zeigen, oder was heißt die Grundfunktion, aber die Grundzüge, die der Mustang so hat, wie sich das so in diesen Jahrzehnten zum einen natürlich durch technischen Fortschritt verändert hat, wie Ford es aber auch geschafft hat, im Endeffekt die Elemente größtenteils beizubehalten. Musik 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 Musik